Hi Leute und willkommen zurück zu Sacred 2, Freund Angel. Sieht aus wie ein Untoter. So übelst blass, oder? Als wenn er so wiederbelebt worden wäre, oder? Keine Ahnung. Ja, wir haben Leute vom Osterkult wieder getroffen. Was für vier getroffen? Wir haben eigentlich den Osterhase getroffen. Dann Isak geschnappt und war scheinbar eine Questreihe. Wir haben hier dann nochmal zwei Eier gefunden und dann kam der Osterkult und wollten uns kaputt machen dafür. Ja, sind nicht so nette Leute, scheinbar. Aber die sind witzig aus. In den Hasen-Kostüm. So, ich möchte etwas Rentschmieren, aber ich habe nichts. Wenn er wirklich ein Ring oder sowas ist, egal, dann noch erst später. Zack. So, und jetzt hat Hansi uns gebeten. Ja, kann man so sagen. Dass wir seine Instrumente und seine Band wieder besorgen, das tun wir natürlich auch sofort. Hey. Guckt ihn euch an. Der Sänger von Blade Guardian. So, dann... Wollen wir mal. Ob es Inquisitor sind wir hier der größte Metal-Fan. So, irgendwo hier links. Das habe ich zu verfolgen. Sonst sind wir noch mit Ratten herumplagen müssen, das ist der Hammer. Ich meine, wir spielen schon ein paar Parts lang, ein paar Stunden. Und wir haben immer noch überall Ratten. Bäh, spinn. Okay, dann nehme ich doch lieber die Ratten. Bäh, spinn. Der bufft sich einfach. Bäh, spinn mit euch. Doppelgänger. So. Na los, ich bin weg. Boah, Alter, was aus, ey. Wow. Wow, fast draufgegangen hier. Ich bin stark. Zumindest können sie sich waffen. Oder eine Überzahlung. Das finde ich so schlimm, wenn der... Oh. Vielleicht soll ich meinen Bass auch mal machen. Wenn das Doppelgänger nicht mal komplett wäre. Oh. Jetzt haben wir eine Menge Seelen aufgesagt schon. So, dann kommen wir doch mal. Gibt es denn? So, komm her. So, seid ihr dran? So, eigentlich müssen wir diesen Stoß auch nochmal ausrüsten. Weil Machtzug an sich ist ja ziemlich nice. Soll ich direkt noch wieder wegstoßen? Können wir jetzt natürlich auch mega, oder? Ah, na, guck mal. Kann sich das Mikrofon. Nice. Haben wir. So, dann sollen wir zu ihm zurück? Ja. 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 Perfekt. Schneller Lauf. Diese spinn sich krümmen so. Wie kellhaftig. Da kann man mich auch jagen, glaube ich. Oh, Herr Pferdchen. Schön, dass du uns auch besuchst. So, dein Mikrofon haben wir geschnappt. Super, das ist mein Mikrofon. Äh, dann bin ich ja jetzt bestens gerüstet und kann sogar mit dir kommen. Weil wir müssen nämlich noch die beiden Gitarren unter Schlagzeug holen. Äh, Andres Gitarre sollte nicht weit von hier sein. Äh, ein paar Untote haben sie geschnappt und sind damit in einer Höhle verschwunden. Ein glorreicher Tag für mich. Hops. Äh, die Inquisition. Hey. Ich werde irgendeine Menge dabei haben. So, sind wir jetzt richtig? Offenrechnung, Untoten. Und Guardian. Hä? Uah. In der Stadt ist eine Höhle, okay. Er geht schon vor, ist okay. Ich habe es verstanden. Ups. So. Da, 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 da. Juhu. Ach, da sei er wieder. Ja. 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 Ähm. So. Wo können wir hin? Ich muss da runter. Ach, komm schon. Irgendwo muss hier ein Weg sein. Weil er fühlt mich irgendwie nach oben. Ne, nach unten. Ah, ah, ah. Komm schon. Ah, komm. Komm über. So. Da runter. Ah, er hat den Weg gefunden. Perfekt. Na ja, lass mich ihn holen. Wir haben unser eigenes Mikrofon. Mit Laserstrahl. Können wir das hier auch nehmen? Hast du gerade hier Raffel beschworen? Oh nein. Du wirst es nicht leicht haben. Was ist los? Kann ich mal aufhören, wegzugehen? Nein, hier Ethiker weniger. Du darfst Tapferkeit nicht mit Wahnsinn verwechseln. So. Wir dürfen jetzt weiter. Okay, ist gar nicht zu viel. So, komm schon. Ich hoffe, es ist unbesiegbar. Trotzdem muss ich den Hammer. Oh, der Ball ist hier schon perfekt. So, ab in die Höhle. So, ich will raten. Rattenleder. Supergeil. Und bestimmt super lecker. Wolltest du ihn jetzt hin? Ich bin ernst. Man kann nicht genug üben. Da, da, sowas mache ich. So. Bapapapa. Einfacher irgendwas. Das war doch wieder... Oh, Doppelgänger. Kasteiung. Oh Mann. Achso, 11. Ich dachte gerade 71 steht da. Kasket. Hm, nee. Ich nur die schnelle Sehne. Können wir leider nicht benutzen. Steht aber nicht bei, für welchen Charakter. Ach, Level 15 brauchen wir. Ah, dann können wir es nutzen. Aber wir haben einen Laserstab. Hallo? So, ein Weg gefunden. Perfekt. Hallo? Okay. Dann... Hä? What? Wie ist das gerade explodiert? Pansi, warst du das? Zum Zauber. Das wäre geschafft. Die Gitarre ist etwas verstimmt und eine Seite fehlt. Aber es bekommt André schon wieder hin. Immer noch besser, als wenn er auf seine alten Akustik-Klampfe hätte spielen müssen. Akustik, Gitarre und Metal passen irgendwie nicht zusammen. Jep. Apropos Metal. Wir müssen noch Markus' Gitarre holen. Die sollte sich nördlich von hier beenden. Plötzlich explodiert irgendwie was. Okay. Na. So, wo ist der Ausgang? Am besten nehmen wir den kürzesten. Zack. So, nötig. Wir sind da ganz... Boah, warum soweit? Moment. Jetzt wollen wir hierhin teleportieren. Mochen wir nicht wenigstens hier diesen Umweg hier hochlaufen. Haben wir schon mal einen kleinen Weg geschafft. Und wir können... Keine Ahnung, irgendwo da weiter. Genau. Wir gehen hier den Weg lang. Und dann irgendwo da runter. Das sieht aus nach nem Goblin-Lager oder sowas. Mal zwei. Wow! 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 Ah, so. A los. A los. interessiert das einfach nicht mich verfolgt einer keine chance das wurde jetzt nicht einmal in die mitte ziehen Oh, das hat gesessen. Das nimmt doch keinen Schaden, ne? Das ist super. Einmal Charakter, der nicht einfach stirbt. So. Wir müssen aber... Was pullst du denn da immer? So, wir wollen eigentlich hier lang. Irgendwo hier lang. Bin ich überhaupt richtig? Ich muss oben lang. So, wir gehen oben lang. Das ist glaub ich kürzer. Ja. Ich weiß hier sonst so aus, sonst müssten wir hier einmal unten lang und dann zahlen. Können wir lieber so. Ich glaub zumindest, dass das der beste Weg ist. Das ist ganz ruhig, wenn welche kommen. Ich brauche einen Löffel ab. Ja. Das ist wieder. Ja. Blitze. Mach sie fertig. Das sollte mein Ziel auch sein. Jawoll. Du rocks. Äh, wenn wir... äh, nur noch ein Schlagzeug finden, dann werden wir, äh, auch rocken. Das verspreche ich dir. Es muss sich im Lager der Untoten Legionen im Norden befinden. Ich habe gehört, äh, wie zwei der Untoten beim Überfall kurz darüber gesprochen haben, dass sie sich auf den Weg ins Lager der Region machen wollen. Für Kerl. Ops. Kann ich das jetzt wenigstens sehen hier, die ganzen Instrumente? Leider nein. Äh, bleiben wir da hin. Schade. Ob wir jetzt ein Mikrofon haben. Wow. Der Lösung. Alter, er steckt voller Pfeile. Läuft bei ihm. Jawoll, genau das wollte ich. Schön, Level ab. Mitgenommen. Okay. Wir müssen nach oben. Ja, es geht ja so weit. Perfekt. So, bevor wir jetzt reingehen, gucken wir nochmal nach unseren Fähigkeiten. Äh, Machtgründe. Warum nicht? So, weiß auf 10. Und Intelligenz nochmal hoch. Oh, ich wollte noch was machen. Nacht. Oh ja, oh ja. Oh ja, jetzt was kommt. 30%. Nein, Topfänger wird permanent baff. Yes. Ein Ziel hast du erreicht. Ich befehle dich ins Grab zurück. Ich befehle dich ins Grab zurück. Ich befehle dich ins Grab zurück. Ja. 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 Ja, Untergänger. Hau rein. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. So, jetzt haben wir noch keinen Geist. Was? Oh, was ist das? Oh, hier. Hi. Eric Lambert. Findet ihr die Gegend auch so schön wie ich? Versucht mich das anderes Mal. Was? Schön? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das wäre vollbracht. Geil. Okay. Schön. Oh, schön. Wir haben endlich diesen Buff für ihn. So nice. So. Nun kann das Konzert beginnen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wenn du möchtest, kannst du mich begleiten. Jawohl. Gucken wir uns das Konzert an. Noch nicht. Okay. Ich bin schon gespeichert. Ähm. Ja, dann reden wir mit dir. Guck mal hier die ganze Band. Wir können die noch einmal alle angucken. Na. Soll ich nicht wieder reden? Oh, schade. Na gut. André. Oh yeah. Es heißt, die Feder war stärker als das Schwert. Zum Glück habe ich eine Axt. Meine Axt. Okay. Juh, das ist um einiges besser als ein altes Banjo. Danke, Mann. Okay, Markus. So. Ich darf doch noch mal mit allen reden. Fredrik. Äh, yeah. Komm her, meine geliebten Drumsticks. Jetzt kann die Show beginnen. Sag Hansi, dass es nun losgehen kann. Okay. Okay, wenn alle bereit sind, dann kann es ja losgehen. Du bist natürlich Erdengast. Viel Spaß beim Konzert. Das wäre vollbracht. Okay. Ein Selfie schießen. Ah, komm. Ah, so. Eigentlich müssen wir jetzt ein Selfie machen. So. Zack, zack, zack. Okay. Das war doch eine Riesenshow, oder? Ach so. Äh, und da es jetzt unser letztes Konzert der Tour war und unsere Instrumente schon recht, äh, lädiert sind, haben wir uns überlegt, sie dir als Andenken zu überlassen. Irgendwann hätten wir sie ohne deine Hilfe nicht wiederbekommen. Wir müssen los. Viel Glück auf deinen Wegen. Wie jetzt. Ein glorreicher Tag für mich. Ähm. Okay, äh, das ist wahrscheinlich ein Bug. Das muss ein Bug sein. Ähm, ich werde euch das Video jetzt einblenden. Das ist für die Leute von Arcario. Wobei die Zeit dauern. Und die Suffern geht weiter. Und die Suffern geht weiter. Just keep in mind. This world is sacred. checking out for ejemplo Lath of tous und for everything. Und die Zeitperature. 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 Auss Parce ist sü. Wobei die Zeitperature. Und die Zeitperature. Jetzt ist gedacht, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020